Musik Ist das Kunst oder kann das weg? Dieser Satz kommt manchen, die ein Werk von Josef Beuys betrachten, ganz automatisch in den Sinn. Hat das wirklich etwas mit Können zu tun oder sind das doch eher Überbleibsel vom letzten Wohnungsumzug? An den gebürtigen Krefelder scheiden sich die Geister. In Malerei-Lexika und im Internet wird Beuys oft ohne Wenn und Aber gefeiert. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen Wirtschaftsbereby.